So, bist du bereit für ein kleines Rhönrad-Quiz? Nein, aber du hast einen Joker. Willst du deinen Joker mal reinbitten? Ja, komm rein. Komm rein, Joker. Michi, stell dich doch hier direkt an den Rand. Quizkompetenz bei dir. Äh, ich weiß auch nicht warum. Willst du nicht der Joker sein, weil ich mich jetzt hier gleich blamiere. Ich hoffe, du hast einfache Fragen. Ja, die sind okay. Kann man schaffen. Was denkst du, wie wird er sich schlagen? Ja, der ist ein laufendes Wikipedia, deswegen... Sie nennt mich liebevoll Klugscheißer. Weißt du was, aus dem laufenden wird das rollende Wikipedia. Haha, okay, let's go. Okay, so, ich bin mal gespannt. Ähm... So, was essen Pescataria nicht? Äh, Fleisch. Sehr gut. Wie viele Kinder haben Prinz William und Kate? Zwei. Es sind drei. Ähm, mit wem sang Lady Gaga in A Star Is Born zusammen? Ähm... Der gut aus Indity. Rattie Cooper. Ja, sehr gut. Wie viele meine haben Spinnen? Acht. Auch richtig? Die Frau von Oliver Pocher, die heißt wie? Ramira. Sehr gut. Was haben der Bundeskanzler und der Schneemann aus Die Eiskönigin gemeinsam? Heißen beide Olaf. Oh, stark. Sehr gut. Richtige Antwort. Wir drehen dich doch mal zurück. Der brauchte dich gar nicht. Er brauchte dich gar nicht. Die eine Frage hätte ich aber gewonnen. Olaf, ne? Ja, du hättest rein springen müssen. Ach so, ja, dass die drei Kinder haben. Ach so. Das weiß doch jeder. Ja, okay. Okay, weißt du, was wir machen? Wir lassen das nachträglich als Joker zu. Ich auch. Du hättest das gewusst. Dann haben wir wie viele richtige Antworten? Sechs. 600 Euro. Woohoo! Starke Leistung. Starke Leistung. Super, danke. Das ist das erste Duo hier am Start. Und wir können ein bisschen häuschen.